2 2 8 Max bei mir rum der Brot hat nicht gepustet so lieb für die 5 von der Schöpfung rein Beckswürsten der Bronte hin ich hab mich schwer gerade aus weiter an also heute ist es da geht zurück im Wald und jetzt muss ich wieder am Strand glaube ich beim anderen Bronte wo heißt er drei Bronte über die Kühlen wenn wir machen ja Bronte liegt 45 Männchen also Kippel der Bronte ja wir haben die vierziger Bronte direkt Männchen auch mit dem ja welchen wir haben das zu sagen wir sind direkt am Bergrand weil ich sie in der Bronte der lief das haben wir mit mir in unsere Beispiele 120 ihre Hand zu fähig 4 wie können die Welt alles war bei der Hälfte glaub ich man kann die base erweitern ok der ist mit zwei themen zeigt wer war das überhaupt der weg geht haben der hat sich selber umgebracht also der erste konnte er hat 100 prozent er hat vorm team ja er war untertitelt ja dann helfen wir noch den berghoff wir laufen gerade den berghoff mit dem anderen und gleich sehen wir kriegen es aus 7 report ein alter weil wir denn so gut gespielt haben er sagt abwarten die ganze stadt abgeklärt er wird er gerade die linie rennt einwähl ist irgendwie auf den kann heute er sich in der ersten großen groß in die wandspieler trotzdem wird umgeholt die gegründet haben Er hat doch noch gar nicht geholt. Naja, hat Fragezeichen geschrieben, ne? Ja, wohnt? Was rumheulen? Na gut, NRX hat ja selber andere. NRX heult nicht rum. Dann sollte einer von uns gleich nochmal Kibbel holen. Ja, du musst mein Sabertooth. Das war noch NRX, das war Danger Queer. Dann hol ich gleich Kibbel. Wir können so kacken viel Muni machen, Leute. Wo bist du gerade? Ähm, es müsste wohl hier mal Steine fahren. Ja, wie gesagt, ich mach das nachdem wie die Bronto drin ist. Hanna. Der Bronto ist fertig. Der Dödi endlich. Also, ich find hier kein Thüla. Ich glaub, Dödi ist immer noch nicht da. Ey, der Bronto hat nach dem Tame 13.000 Leben. Ja, das ist kacke. Für ein 135er Bronto, jo. Gibt's Kratz beim Redwood? Nein. Äh, nein. In der Zweit-Session hab ich das versucht. Wurscht, ne. Äh, nur Wüste. Irgendwie wollen wir gleich Wüste geben, was Steine? Was Steine? Hast du jetzt mein Sabert nach Hause stehen lassen? Ja. Was Steine? Weiß nicht, aber ich hab ihn auf jeden Fall gerade nicht dabei gehabt. Also muss ich zum Stargate Panicke? Wenn irgendwer anders da werden? Ja, lass mal kommen wir zum Stargate. Du erhst das, der. Äh, in 6 Minuten können auch wieder Savers gestürzt werden. Ich möchte gerne einen. Bööööööööööööööööööööööööw, lass damit keinan. Lass die Tür kommen und dann einfach warten... Das tut es doch. Der von... Meiner ist auch nicht. Der von Captain Rex, der hat Captain Rex gerade. Wer hat meins selber? Weil hier ist der 105, Digga. Fielst du mit drauf? Ja. Aber meiner ist nicht. Ach, warte. Wer hat irgendwann die Bessereingefall? Du hättest dir helfen, dein Angriff nur ausladen. Ja, der hat locker auch nach Tilos geguckt. Ja, wo bist du denn noch? Jetzt wieder runter, da wo wir die Tilos gekillt haben. Ja. Vielleicht ist das was neues, wie es man. Bontejo! Hier rechts, 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 rechts. Ja, ja. Ja, rennt weg. Warum nicht, wenn du rennt zu mir? Also bis weg, rennt schon. Habt ihr das Brotto? Jetzt rennt mich. Ich glaube, der fährt mich also. Noch 18 Pfeile? Ich hab noch 100, genau. Okay, dann musst du gleich weitermachen, weil ich die Kibbel schon mal hol. Bimpy? Holen sind zwei Kibbel, zwei Kibbel, zwei Kibbel, zwei Kibbel, zwei Platz. Also wir brauchen Polymer-Jungs. Wir haben noch grad geholt. Ne, 2000 ist ne Kibbel. Ja, wenn es keine Pinguine gibt, können wir auch nichts machen. Dann Psydian und, äh, Zimmer in den Pasta, äh, Polyherstand. Ja, aber ob sie Zimmer in den Pasta wert ist? Willst du das da, der den hält? Jetzt rennt er weg. Ich pack den Pontus mal Platz sparen, ne? Solange wir Raidschutz haben. Meine Armbrust ist aber fast kaputt. Meine Warte. Gleich. Da dir ist eins. All Level 10. Ilja, ich weiß was nice. Wir brauchen Pelzer. Wir brauchen Pelzer. Okay, komm, komm, die Armbrust bei mir abholen. Oder ich warte, ich komme hoch. Fallschirm. Komm, Pendek, lass mal ein paar Leute farmen. Ich hol dann jetzt die Dings. Irgendwie habe ich Casey bis jetzt noch nicht gesehen. Ich schon. Ey, lass mal Afghanistan, Stargate gehen und wenn du jemanden kommst, sind wir zufällig wieder da. Ja, Mann. Weiter. Lass die Scheiße. Stargate-Camp ist nett. Also, dann war's. Wieso? Waren doch eh alle. Nein, wir nett. Also, Fähchen, auf der einen Seite, wo die Pontus nun mal standen, ist jetzt wieder ganz, ganz viel Platz. Wir brauchen Pelzer. So gesehen, starten, können wir Bronto starten. Ilka, mach mal mehrere Flaggsetzen, nimm sie mit. Ihr geht? Können wir zwei Bronto-Plattformen craften? Nein. Ilka? Okay. Okay, wie viele? Können wir zwei Bronto-Settel craften? Du zwei, ich zwei. Also, drei Hasche insgesamt dann. Und diese zwei Bronto-Settel? Wir brauchen die Waffe mit. Ihr habt keine normalen Settel, wir müssen die ja eh irgendwann austauschen. Aber wenn... Wir haben keine. Was haben wir nicht? Obwohl, ich bin jetzt zu einem Eis, ne? Also, ich... Bronto, Lenny, Lenny, Lenny. Brauch mal ne. Hä? Kommst du, Stargate, wir gehen Polymer holen und vielleicht ist da ja was. Wir holen einfach Polymer da mit. Äh, Polymer nimm Terry mit, ne? Ja, das geht auch mit Lüder. Lüder genauso, ja. Ich will schon mal an, kommst du? Ja, das täglich war... Lichern, hattest du alles abgefarmt oder ist noch was da? Okay, äh, der andere, wir haben jetzt, glaube ich, ein, äh, der 145er männlicher Bronto, der hat vor dem Taim 13.000 Leben, vorm Taim. Feil. Der könnte wirklich geil werden, sag dann, wenn der 16 rauskommt. Was ist? Ne, fast. Bist du schon durch? Ne, kommst du? Ja, ich bin schon da. Okay, durch. Das ist jetzt auch der Rex hier, mit euch, lol, ey. So, Stargate haben wir schon geguckt, LK, wir können los. Okay, nice. Komm. So, was für Bronto, äh, was für Kibble brauche ich? Abonniere minus Dingens, äh, auf. Warte, ich nehme die Brustung kurz mit. Zwei Stück. Da war noch keiner in Wasser, da. Welche war das, war das jetzt Pinguin in Insel 1 oder 2? Das ist jetzt 2. Weiß nun mal, immer, zwar. Hier ist nichts, kannst du weggehen. Aber ruhig, ruhig. Ich bade voll mit Moldea und hier links müsste was sein. Immer. Was hattest du, Feilchen? Jetzt auch mein, oder? Das ist, das ist, das ist hier halt auf jeden Fall Pony. Irgendwie, ich packe mal was in deinem Rücken. Sind die doch los. Ja, bis jetzt 360. Nein. Irgendwie, ich bin ein Metall. Du musst live. Oh mein Gott. Ja, Panic, lass mal, lass mal zum nächsten gehen. Die Session kennen wir nur noch ein paar. Ja, wir haben halt jetzt krank die Brottos, ne? Ne, man, hier ist echt nichts, nada. Das ist heftig. Kristall. Wir haben fast kein Kristall mehr. Äh, fahr mich auch neben uns. Wir brauchen Kristall. Wie viel an, ja? Wie viel? Oh, hier sind welche, hier sind welche. Oh. Links von dir. Arm sie ab, wir haben das nicht mehr. Okay, in der Hand. Was ist denn nichts von mir? Warte mal, bleib mal stehen. Ich will wissen, ob du das bist. Ich bin es nicht. Warst du kurz am Stargate? Ja. Ah, hier, schau, komm mit. Hier. Ich seh's. Hier unten ist noch einer im Wasser. Mein Wolf hängt im Gewüschchen. Ein Penguin. Ein Penguin oder was? Ja, ja, einer ist oberseite. Hier sind doch noch drei Stück, sogar. Ja, ja, machst du platt. Ich dachte, gerade Spiel da. Hast du gut was rausbekommen? Ja, 120 habe ich. Ähm, Rex, du laufst einfach immer weiter am Strand entlang, bist du mich, siehst du hier genau am Wasser. Hier soll auch noch welche. So, ich weiß, wo der Bronto liegt. Was? Ich weiß, wo der Bronto liegt. Äh, der ist ziemlich weit weggegangen. Ach so, echt? Ja. Lauf einfach am Strand entlang, bin ich hier genau zwischen, ein beiden Städten Wasser, eins am Land, also, einfach da langlaufen. Hier ist ein 105er Bronto. Ja, den brauchen wir nicht. Äh, ich muss sechs Bäume abkloppen, Mimpy. Ich bin schon klar, wenn's da geht. Ich, äh, will an, ja, Digga? Ja. Ich hab jetzt über 500 Polymer, erst mal. Pinguin-Ünsel. Ja, aber Birgit, wofür brauchen wir denn noch Polymer? Ich glaub, die sind fleißig bei Raketen und alles. Wir haben über 250 Raketen und so. Ich lauf auch immer so am Strand weiter. Ja, wie gesagt, wir bereiten uns nicht nur auf dem Def-Volver. Bist du mit dem Wolf? Äh, nee, aber ich seh den mit dem Wolf. Wie viel T4 haben wir zu? Ach, Mimpy, Alter. Lass mal, lass mal Knüppel machen, Mann. Ach, schuldigung. Das ist viel effektiver. Mimpy, mach schon mal mit. Ja, komm mit. Ich zeig's dir. Wie, komm mit? Ja, hier, siehst du mich nicht? Guck dir es an. Ein 145er Bronto. Ey, mein Ark hat sich geschlossen. Das braucht man pissen schnell. Andere? Da ist diese scheiß Buggy-Kacke da. Wo ist der Andere? Hier, achso, der, äh, ja, tu Kibbel rein hier. Der Andere war schon fertig. Ey, was ist los? Mein Ark hat sich geschlossen. Fuck, Alter. Ja. Alter, 100 Leute auf dem Server, das ist doch irre. So, Bronto, er hat's Projekt gehalten. Ja, 17.000 Leben. Geil. Okay, abpfeifen. Hast du Setschen? Was ist denn immer Projekt? Mittwochs und Sonntags. Okay, dann tschüss. Okay, wo bist du? Wir gehen jetzt mit dem Bronto. Ja, ich bringe ihn jetzt nach Hause. Bronto per Voller nach Hause. Wir bezahlen, aber... Wir bringen beide nach Hause direkt. Ich bringe ihn erstmal zum Strand. Auf unseren Server sind über 35 Leute drauf. Wie viele? Ich bringe ihn auch erstmal zum Strand. Wie viel? 35. Vorhin hat man 50. Bist du wieder da? Momentan sind 28. Ja, wegen Setschen halt, wahrscheinlich. Jika, bist du da? Wenn's Staff ist, dann in meinem Tüla, ne? Ich geh schon mal gerade an. Das, wo wir rauskommen, ist direkt im Chris Preser Base, ne? Echt? Achso, äh... Nicht durch Stargeld springen. Übrigens, wenn ihr irgendein Fleischfresser tamen wollt, ich hab aus dem selber Tüfl, da war noch Raw Matten, das hab ich jetzt reingetan, dann... Wir haben auch selber Raw Matten. Achso, okay. Ich muss... Ich muss das erst suchen, was ich da gehe will. Wollt ihr noch mehr Schick gehen? Beziehungsweise... Ja, ja. Aber dat sind keine Fliege, wo wir jetzt hier gehen. Ja, ja. Ich würd fast sagen, dass wir auch eine halbe Stunde nochmal Swamp... Ja, ja. Das muss dauerhaft laufen jetzt. Umso schneller sind die Basebauer. Wieder zu dritt, würd ich sagen. Immer. Ich tu nochmal nach Tülas. Und dann würd ich auch gleich wieder Vulkan noch einmal Perlen machen. Oder vielleicht ne andere schonmal. Irgendwie kann's schon mal anmelden. Aber im Moment... Netz durchspringen, denk dran. Ohr, wo bist du? Aber im Moment, so wie's aussieht, brusten alle Tribes auf und gehen nicht so auf. Okay. Ich hab da was anrufischt. Perfekt. 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 angesagt auch mal ein bisschen weiter laufen ungefähr hier wo ich bin jetzt einfach mal in die richtung da bin ich bin ich bin ich ja das war ein bisschen was weg also auch einfach mal weiter war schon fast aber ich meine wenn mit den brontos kann man also ich weiß nicht wenn der tödschaden noch halbiert ist dann ist das ja mega easy eigentlich wie sieht es eigentlich aus mit einem trojanischen pferd auf dem bronto c4 draufpacken und damit dann in die auf die höchste gehen und sobald jemand zu nah dran ist einfach in die luft springen ich glaube wenn einer den töten will er machte das mit dem kompopo ist egal den ganzen frontozug leistern verschwendest du dann munition das recht ist so überlegt man dabei so dreck voll rein und dann ja ich muss erst suchen da musst du aber auch c4 an die flüße platzieren da ist nichts los wollen wir den 114 rex nicht mitnehmen nein alter ich glaube ja das sieht gut aus nein ist der falsche schluck was auf rüstungszerstörer weiter also da ich das jetzt richtig verstanden habe der tödschaden ist 0,5 ich verstehe mit dem bronzos tankst du doch dann alles leer oder wenn du hast ja das mal zum vulkan aber dafür gibt es halt einen verbesserten sättel oder so ich würde sagen kingdom raiden wo sind die weg bleiben weg bleiben weg bleiben die hat eine angebührte zu uns wer so man man dürfte sich da nicht einbauen wir brauchen stein nur auf der berg ich bin dabei da muss ich springe ich komm hier nachher hier kommt aber keiner durch die welt manchmal um zu kontrollieren ich finde die höhlen das ist ein bisschen weg ich bin auf dem berg wo bist du ja kehrt grad runter kommt die sprung richtung die sprung richtung weiter in den wald in den wald das war aber schon auf der seite wo die rein war ja ja die hasche links runter ex philip und den berg naja wir müssen zurück ich bin zu weit die will bestimmt nochmal an sieh dich weiter grad aus jo es hast mich gesehen jo wir müssen wieder den berg noch dass man nicht in den hinlaufen ich wäre jetzt vulkaner man darf wenn man einen spieler der killt darf man nicht oder nein weg bleiben vielleicht ist einer abgerufen recht leichen Der Schüler steht vorab, ich geh mit den anderen los. Egal, ich würd auch gern. Wo wollen wir hin? Mal kurz orientieren. Weißt du, wo hier meistens so welche sind immer? Na ahnung. Äh, Rex, hast du jetzt den anderen Bronntor gefunden? Guck mal, siehst du grad aus, die Erhöhung im Wald? Ähm, hat einer die Savers gehört. Da unten ist ein Rex unter uns MP. Wollen wir den abfahren? Wer ist das? Ich hab kein Fernglas. Warte, ich guck. Suicide. Ne. Gar nicht. Wo seid ihr denn? Wo ihr das Suicide seht, wo sind die? Die sind in Wade. Nein, die haben abgebrochen. Abgebrochen? Warum? Noch einer. Der ist nackt oben drauf im Spiel. Äh, die brechen ab. Die haben alle Crash. Ja, ja, warum? Ich bin mir da sicher. Ich hab einmal den Spieler getroffen auf dem Rex. Oh, der war nackig drauf. Ja, ich geh jetzt, ich geh jetzt weg, weil mir geht's nicht so gut. Komm hin, komm. Ich muss mich hinlegen. Ich hab grad... Ich guck die Erkältung doch weh. Ja... Wo war das jetzt das kackige Stargate, alter? Ja. Ich bin schon sauer nicht mehr. Soll ich zum weiterzüchenden... Willst du noch beimachen? Julio. ...züchtete Männchen von Mölte nehmen? Äh, ne. Nimm mal das gezähmte Männchen. Ich glaub, mein Männchen hat nicht den guten Leben wert. Ich brauch die Kristalle, schluck. Wenn ich die Kristalle schluck... Ich hab's. Wo ist das? Zwischen den zwei Lava Seen. Zwischen den zwei Lava Seen. Ah, da. Welche Nummer? Bei uns fliegt ich den und find's sofort und da kann ich suchen. Irgendwer hat die Katze auf Folgen gepfiffen. Fuck. Noch Hinnahmer? Falsches Target, falsches Target. Jo, hab's er. Das hab ich gesucht. Guck, mit Todesschädel und so. Bei mir wird angewählt. Wuch, das erkannt ist. Wurde bei dir angewählt? Ja. Ja, ich weiß nicht, das ist Heavy Donut. Weil bei mir ist angewählt. Und los geht's. Boah, ich will jetzt nach Hause. Fisch und deine Viecher haben wir mit so Rüstung mitnehmen. Guck, da kommt die Nächsten ums. Geh' mir aber richtig geil schicken. Ihr macht bitte vor, dass wir uns Disconnected kennen. Geh' nicht. Pass mal nicht durch. Ne, ne. Was gehört? Ja, wird schon rausgeführt. Dugwin hast. So ist aus. Du hast mal dein Spot gezeigt, ich zeig dir mein Spot. Hätte ich jetzt rausgeflogen? Ja, oder? Der Ege ist ja viel besser, Alter. Bei mir nicht. Ich hoffe, du kommst mit einer Kettensäge hierhin irgendwie. Ja, kann schon. Das nächste Mal nenn mal mit, ich hab's nur vergessen. Henek, bist du schon durch? Warte, ich muss Rüstung austauschen. Ah, okay. Henek? Ja? Bist du schon durch? Ne. Ja, ich hab'n Crash. Ich muss das aber weg. Ich komm raus. Oh, jetzt hab ich was. Langsam. Es gibt echt, denn du kriegst die Wolfe nimm' mir raus. Ne, ich brauch'n 10 Minuten zum Schweine. Nett springe, immer laufen. Ich find' dich aber nicht. Dann schieß das Tier weg. Ja, klar. Du kommst raus aus dem Tag. Ja, du backst bei mir. Du backst bei mir. Ich kann nichts machen, lol. Warte mal. Ich schau'n mal noch kurz drauf und ich komm' nicht. Jetzt wirst du rausge... So, meine Doruna falsches Schicht. Ich hab'n zwei der Luziner Dödys gefunden. Warte, du musst wieder rauskommen. Ich hab'n dich, aber wo bist du? Soll ich deine Sachen mitnehmen, dein Vieh? Ja, meine Doruna falsches rum. Das Tier kriegst du nicht mehr raus. Ja, okay. Jungs, sorry, ich muss weg. Jo, gute Nacht. Soll ich in Level 40, er tut die 10. Ja, ja. Erstmal. Boah, direkt Richtung. Du musst Richtung austauschen. Einen Moment. Irgendwie laden wir Inventaren. Was denn, wo denn? Wie geht's? Hinter dir. Ähm. Soll ich mal runterspringen? Nein. Früh was zu erledigen. Jo. Was ist denn da? Der Bronto. Ey, oh, Tüch. Hier. Was meine Katze? Der kommt da nicht mehr lang, weißt du, oder? Was? Drennen? Drennen ist der Seite. Ja, guck mal, geht nicht. Wo ist mein Baby? Ich wäre gerade auf der Wüsteninsel. Wenn ja, ich würde gerne nicht kommen. Achso, na gut. Dann zu Fuß. Ernsthaft jetzt? Ich hab ein Babykätzchen. Es ist ein Weibchen geworden. Uuuuh. Linka, bleib an der Tür. Und ich hab keine Ahnung von uns, der jetzt. Ich komm. Nimm den Wolf. Was hat sie denn am Leben? Ja gut, hast du losgeschickt. Sanett, du kommst nicht mehr raus. Guck mal, ich geb ihm ihr gutes Essen. Guck mal. 1,6. Alles wird gut, alles wird gut. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich wäre von euch gerade in der Wüste. Hey, ich packe immer noch. Baut die Lecher. Okay, ich bin raus. Ich bin raus. Okay, ich geh mal. Ich hab mir mal kurz eine Katze, die Gute, und geh nur kurz den Dödi holen. Der war ja direkt unter uns. Wer schützt für was man die Motor-Self brauchen? Ich hab mich mal immer getroffen. Ach, da steht die Katze. Doch, doch, Asch. Ähm, Biergarten, willst du den Bronte noch paren? Obwohl du Whisky mal immer die Tiere stehst. Hast du das Weibchen nicht gefunden? Hm? Äh, äh. Das ist kacke. Jetzt haben wir nicht nur das 135er Weibchen müssten wir eigentlich noch suchen. Kann ja nicht. Das war auf passiv. Ich meine, ich hab's auf passiv gepfiffen. Ich auch. Also muss es irgendwo da stehen? Malte, Malte weiß, wer mit Wimi wo was zu paaren ist. Schlange! Was, äh, wenn der weibliche Bronte noch nicht da ist. Bilka! Aber wer gut wäre, wenn mal bitte einer den neuen Bronte als Zuchtbulle beischauen kann, weil ich glaube, das ist mit Abstand unser bestes Mensch. 17k AP halt. Ja, auch mit Helm, 17k, ja. Da, zwei Schlange. Ich hab so auf die Insel. Na, du sagst nicht im Pfeil immer. Alter! Du musst hier mal bauen, ich hab nix was nahkampfmäßig ist. Panic? Ja. Willst du so mit mir auf die Wüste? Ne, weil ich geh da drauf. Okay. Tschüss. Ja, da sind noch Pfeiler. Ja, heb ich auch grad auf. Wie viel Stuff hat bitteschön Pole in der Katze drin? Ja, das ist sein Stuff, der, weil er ist aufgegangen und ich musste sein Tier noch mitbringen und dann hab ich sein Stuff in den Tiger gepackt. Lass die Treff schon. Also wenn ich mir angucke, was da so drin ist, joa. Damit kann man ja einiges anfangen. Keine Ahnung, da ist, wir haben ein bisschen Polymer geholt, aber ich weiß nicht wie viel das ist. Und meinem Tür ist auch noch ein bisschen was drin. Bis morgen, ciao. Tschüss. 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 So, die ist auch da. Bin, äh, kurz auf Stur, dann fahr mich mit denen, äh, deine. Ähm, irgendwie? Mhm. Kann ich, äh, Sabrina sagen, was das Problem ist, wie wir das ändern können? Was für ein Problem? Die, ähm, fliegen immer wieder auf den Server. Nö. Okay. Gehen wir wieder raus, MP? Ja. Ist fertig. Tobi. So, weiter. Komm. Wir gehen jetzt zu den Rexen und gucken, ob jemand nicht drauf kommt und den looten wir dann. Nee. Wir suchen Stargate. Das ist viel schwieriger. Ich weiß, wo eins ist. Folg mir. Wo bist du? Ah. Der Rex. Check der Rex. Tot. Was? Okay, dann der Wolf. Was ist der Wolf? 70. Und das Schwein? 100C! Nein, nehmen wir nicht mit. Wir haben Schweine. Ähm, kann mir kurz Weha helfen, den Dürdi auf Gewicht zu leveln? Weil sonst komme ich nicht weit mit Steinform. Es läuft doch hier alles möglicher. Achso, okay, dann. Setze ich gleich drauf und... Weil Dürdis machen doch Steine nicht leichter, oder? Doch. Auch. Auch? Okay, wusste ich gar nicht. Ja. Ich pack den Bronto mal zu den anderen, ne? Jo. Kannst du den mal, äh, Zuchtbulle nennen? Guck mal wie er heißt, er ist 70... äh, 17k HP. Okay. Okay. Okay, ich kenn mich nicht aus. Ich weiß nicht, wo der Stargate ist. Ja, ich merk's. Wo bist du? Wo bist du? Kommst du weg? Ja, okay. Nein. Nein, ist hier nicht. Okay, die Ringe sind viel Wait dazu. Komm, lass mal bei den Rexen gucken kurz. Dann wissen wir auch, wo das Stargate ist, weil wir da zuletzt waren. Ich weiß, wo's da... Ah, guck mal, hier sind die Rexen. Schleich. Wie viel Wait soll ich auf den machen? Reichen 2000 schon? Hoffentlich. Ja. Mach erst mal 2000 und dann Move, dass du schnell bist. Mach Move... Movement Speed ist immer sehr gut. Grad bei Farmtieren. Ja. Natürlich ist auf einem Lauflein. Oh, der... Alles ist gut. Hier ist rappelvoll. Die können uns gar nichts. Hab ich gesagt? Wir gehen jetzt auf den Berg da oben, ja? Rechtsrum, rechtsrum. Dann kommt Stargate. Rechtsrum? Ja, einmal rechtsrum an der Base entlang. Dann geh ich mal Steine sammeln. Oh, ich hab ja Tötschüsse getankt, ja mal. Ja, super. Ach so, ich bin dran vorbeigelaufen. Jetzt bist du gebannt. Oder du musst rein. Hä, wie viel Brunt hat Chris Play? Oh mein Gott. Hab Stargate. Spieler. Warum? Oh mein Gott. Der Dödi bekommt aus einem... Stargate Welt. Was ist? Stargate Welt. Ja, ich bin nicht bei dir. Chill, 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 chill. Terror Birds. Terror Birds kommen durch. Die haben schon noch proxie. Renn. Ich komme. Renn auf diese fly-Eich-Eich-Fresche. Der hat Kaffee Schumps. Gegen dich? das ist ein mutierter killer wolf im king rocket launcher das tank ist ja ein saver aber nicht du ich komme ich komme ich komme ist vorbeigeut willst du nicht gegen schießen ja wo bin ich halt haben und hat zickzack ich will auch pvp wusste okay mit dem duty kann man bis der fall ist locker 10.000 steine 10.000 sage ich 20.000 30.000 sammeln er hat jetzt schon 10.000 ich habe fünf steine oder so ja nice du die sind kein bisschen okay ja ob das wirklich okay ist jetzt ernsthaft stein ich habe keine ahnung wo ich bin im p jetzt weiß ich wie ich auf dem imperium server zementfarben endlich als ob du das nicht kanntest mit stein und dördel ich habe gesagt um die base drum runder finches habe ich bin ich bin doch da da wo wir ich muss jetzt eigentlich hier das holz fahren letzte session zu ende hat sich aber gelohnt das schmelzen immer noch wollten wir wieder machen die letzten 10 minuten naja wir haben so viel gunpowder das ist auch scheiße ich bin hier runtergefahren kommen nie wieder mit dem wolf glaube ich hoch aber birgit wegen dem ding bist du sicher dass das so klar geht wegen dem bereich bist du sicher dass das klar geht keine ahnung dass das dann konsequenzen hat wie lucky was uff wieso bin ich nicht auf der eisfläche wo die base von dennis steht alter bist du auch da ja da bin ich okay ich bin da wo der wasserfall runter geht weißt du was ich meine ente andere seite hast das auch gesehen dass ich gleich mal die gibt es mit guideworks zugleistern dass wir die jetzt machen kann als 105er paratia kann keine tools drauf bauen im pilon sich nicht kann und für golem high level ich würde sagen wir machen den kanonen pass ja oder okay und und Untertitelung des ZDF für funk, 2017